Robuste Fernfeldspracherfassung, akustische Quellenlokalisierung und Sprachquellentrennung. Diese Technologien bilden die Grundlage für die Nutzung von Sprachsteuerungs- und Kommunikationseinwendungen in Umgebungen mit herausfordernden akustischen Bedingungen. Mit WegDIVA präsentiert die Voice Interconnect GmbH ein Produkt, das es dem Anwender ermöglicht, Geräte aus mehreren Metern Entfernung und bei gleichzeitig vorhandenen Störgeräuschen bequem per Sprache zu steuern. Diese Störfaktoren können vielfältig sein und reichen von Lärmgeräuschen über Raumhall bis hin zu mehreren konkurrierenden Sprechern. Ihr rufst in einem Weltsprachsteuerung für im Herzen sein, dass es ein einziges in der reichen Technologien- und Sprachkommunikation als Dienstleister und Technologielieferern tätig und bietet Lösungen für Sprachsteuerungen, Mikrofon-Arrays, Intercom-Produkte und Voice-over-IP-basierte Kommunikationsgeräte. Sogar bei gleichzeitig vorhandenen Störgeräuschen oder mehreren Sprechern. Mit unserem komfortablen, webbasierten Tool WIG-STC für die Erstellung von Sprachdialogen ist die Entwicklung einer kundenspezifischen Sprachkommunikation. Realisiert wird diese Robustheit durch kundenspezifische Mikrofon-Arrays, bestehend aus bis zu 32 Mikrofonen und unter Verwendung von Beamforming-Algorithmen als Teil der eigens entwickelten WIG-Emses Software-Suite. Diese Kombination erlaubt die zielgerichtete, räumliche Eingrenzung des zu erfassenden Bereiches und die gleichzeitige Ausblendung der umgebenden Störquellen. Zur optischen Orientierung stellen auf dem Mikrofon-Array angeordnete LEDs jederzeit die Ausrichtung des Beams dar. Die Host-Plattform des Evaluierungskits WIG-DIVA bildet einen Raspberry Pi, der zur Applikationsentwicklung und weiteren Verarbeitung des aufbereiteten Audiosignals dient. Eine darauf vorinstallierte Beispielanwendung erlaubt die subjektive Bewertung des bereinigten Signals und die individuelle Konfiguration der Beamforming-Algorithmen. Durch die Verwendung von adaptiven Algorithmen und die individualisierbaren Eigenschaften eignet sich WIG-DIVA für eine Vielfalt von Anwendungen, insbesondere in akustisch herausfordernden Umgebungen. Mögliche Anwendungsfelder, die ich sehe, wären Sprachstörungen im industriellen Umfeld, frei im Raum verteilbare Sprachassistenten oder auch anspruchsvolle Konferenzsysteme im professionellen Bereich. Im folgenden Video erhalten Sie einen Überblick über die einzelnen Hardwarekomponenten von WIG-DIVA und deren Schnittstellen. Nähere Informationen zu WIG-DIVA und unseren weiteren Produkten und Dienstleistungen